Adidas, aber ey, das zweite Hunde, unser Rapper kann die was, Gucci-Store, Louis Vuitton, mit uns sieht zu Millionen aus, dann darf Haustkämpfer auf 100, die Lautsprecher, sind ein Offenschild von den Toten auch verstanden, um als Posen machen, nein, nein, da können draußen warten, weg ins Business, bin aufgefallen, scheiß aufgefallen, hey, da können draußen warten, next hin wie die Backspin, Niko am Macher auf Heft legen, shit sie wie ne Gap, Fuck, ich bin ein Fucking, der Unterschied zwischen uns, dass ich sowas bring, für falsche Brüche kommt ein Schlagring, nein, ich brauche für dieses Business kein Casting, sie haben jeden Tag andere Gesichter, wie ein Fasching, ich wusste immer schon, dass ich ein Star bin, und alle, die mich unterstützen, kommt immer wieder der Wahnsinn, sie machen sich größer als Zen, denn ihre Bitch macht sich zu starben, es wird Zeit, um vorne anzufangen, wie ich früher anfing, ein Tag, du bist der Grund, wie du ich zu einem Feature Nein sag, meine Brüder sagen zu mir, Bruder, es ist dein Tag, ich poste eine Story über meinen Erfolg als Beitrag, und droppe das Ding wie geplant am Freitag, ein Tag, Du bist der Grund, wieso ich zu einem Feature Nein sag, meine Brüder sagen zu mir, Bruder, es ist dein Tag, ich poste eine Story über meinen Erfolg als Beitrag, und droppe das Ding wie geplant am Freitag, Habe keine Zeit für euch, ich muss los, wenn ich komme, seid ihr alle nun tot, habe jeden im Visier, wie im Rotpunkt, läuft jedem hinterher, wie ein Schoß, und komme mit dem Comeback, du bist der, der auf der Wäsche doof guckt, wenn ich dich disse, ruf besser den Notruf, Kettenrein und Punchlines, das ist die Zukunft, das ist dein Grund, weshalb jeder wahre Feind der Blutspuck, meine Zeit ist dein Grund, weshalb ich nie wieder zu Fuß muss, Sie schicken bei wie viele Leute vor, wie ein Zugzug, Spezialer hat, um keine Linie zu sperren, wie die Mitarbeiter bei YouTube, sie machen Klicks wie Mainstream-Noten, wie viel Spaß du suchst, Eure Schritteantreiber machen bei euch Hausbesuch, Arschkriecher, Mitzleifer oder Heuchler aus deren Hauptberuf, sie labern zu viel Scheißeffekten, wegen tausend News, währenddessen ich mir ihre neidischen Fressen gebe aus Genuss, Ein Karten, bist der Grund, weshalb ich zu einem Feature nein sag, meine Brüder sagen zu mir, Bruder, es ist dein Tag, ich poste eine Story über meinen Erfolg als Beitrag, und droppe das Ding wie geplant am Freitag, Ein Karten, bist der Grund, weshalb ich zu einem Feature nein sag, meine Brüder sagen zu mir, Bruder, es ist dein Tag, ich poste eine Story über meinen Erfolg als Beitrag, und droppe das Ding wie geplant am Freitag, Freitag! 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 Freitag!